Syntax, Semantik, Informatik – das Traumtrio der Computersprachen Oh ja, meine Freunde der digitalen Welt, wir sprechen heute über das Herzstück der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Syntax, Semantik und Informatik – ein unschlagbares Team, das den Computern Leben einhaucht und unsere kühnsten Ideen in die Tat umsetzt. Stellt euch die Syntax als das Regelbuch der Computersprachen vor. Sie ist die strenge Grammatik, die genau bestimmt, wie wir unsere Aussagen strukturieren, welche Symbole wir verwenden, und ob wir alle Satzzeichen an der richtigen Stelle haben. Sie ähnelt den grammatikalischen Regeln unserer menschlichen Sprachen, ein falsch gesetztes Komma oder ein fehlender Punkt kann alles verändern. Aber was nutzt ein perfekt formulierter Satz, wenn er keinen Sinn ergibt? Hier kommt die Semantik ins Spiel. Sie ist die Bedeutung, die wir unseren Anweisungen geben. Die Semantik haucht der Syntax Leben ein und lässt aus starren Buchstaben und Symbolen eine Welt voller Möglichkeiten entstehen. Sie stellt sicher, dass der Computer nicht nur versteht, wie wir etwas sagen, sondern auch, was wir damit bezwecken. Und wer ist der geniale Dirigent, der dieses Orchester leitet? Natürlich die Informatik. Sie ist die Wissenschaft hinter der ganzen Zauberei. Informatiker entwickeln ausgeklügelte Methoden, um Syntax und Semantik zu definieren, und erstellen Werkzeuge, die unseren Code verstehen und umsetzen. Sie sind die Architekten einer Welt, in der unsere Gedanken nahtlos in digitale Handlungen fließen können. Lasst uns in ein Beispiel eintauchen, damit wir die Sache ganz genau verstehen, stellt euch einen simpeln Befehl wie, zeichne einen Kreis vor. Die Syntax legt hier die korrekte Schreibweise dieser Anweisung fest. Vielleicht müssen wir, zirko schreiben, gefolgt von einem Radiuswert. Die Semantik kümmert sich um das, was? Sie versteht, dass ein Kreis eine runde Form ohne Ecken ist. Dass es um eine zweidimensionale Figur geht, die ausgefüllt oder als Randlinie erscheinen kann. Sie beinhaltet das Wissen, wie ein Kreis mit mathematischen Formeln beschrieben werden kann, damit der Computer ihn tatsächlich auf dem Bildschirm darstellen kann. Die Informatik schließlich entwickelt die Werkzeuge, die Programmiersprachen, Compiler und Interpreter, die diese Syntaxregeln und semantischen Konzepte in die Maschinensprache übersetzen, die unsere Rechner verstehen. Sie sorgt dafür, dass unser Befehl, zeichne einen Kreis, letztendlich die Pixel aufleuchten lässt und eine perfekte runde Form erscheint. Manchmal kann eine einzige Veränderung, wie beispielsweise ein zusätzlich eingefügtes Semikolon, einen kompletten Bedeutungswandel bewirken. Ein falsch formulierter Programmierbefehl kann lustige Fehler produzieren, aber auch ein ganzes System zum Absturz bringen. Deshalb sind Informatiker penibel genau, wenn sie die Regeln der Syntax aufstellen und die Bedeutung der einzelnen Sprachelemente festlegen. Genau wie unsere menschlichen Sprachen werden sie komplexer, ausdrucksstärker und natürlicher. Das macht es Informatikern immer einfacher, ihre Vorstellungen umzusetzen und uns allen mit Computern zu interagieren. Schon heute können wir in gewissem Maße mit unseren Computern sprechen und in der Zukunft werden wir vielleicht kaum noch unterscheiden können, ob wir mit einem Menschen oder einer Maschine kommunizieren. Das ist die Macht der Informatik und das faszinierende Zusammenspiel von Syntax und Semantik. Es erlaubt uns, Welten im Computer zu erschaffen, Berechnungen durchzuführen, die unser menschliches Gehirn übersteigen und mit Menschen auf der ganzen Welt zu kommunizieren. Wenn euch diese Welt der Codes und Konzepte genauso begeistert wie mich, dann unterstützt unseren Kanal. Wir bringen euch mehr spannende Erklärungen, Tipps und Tricks für eure Programmiererfahrung, damit ihr eure Ideen umsetzen und das digitale Universum weiter erforschen könnt.